Ein guter Lieferant beherrscht das perfekte Zusammenspiel von Produktentwicklung und Produktion. Wir, die Schaumburg Industrietechnik, gehen aber noch einen Schritt weiter. Wir sehen uns nicht nur als Hersteller von technischen Produkten und in der Teilefertigung, sondern erweitern durch die branchenübergreifende Konfektionierung und die Montage von mechanischen, pneumatischen oder elektrischen Baugruppen unsere Wertschöpfungskette. Je nach Komplexität des notwendigen Montageprozesses und abhängig davon, ob es sich um Klein- oder Großserien handelt, können diese vollkommen flexibel, teil- oder vollautomatisiert oder auch komplett von Hand durch unser Fachpersonal ausgeführt werden. Selbstverständlich erfüllen wir dabei alle relevanten Prüfungsvorgaben, wie zum Beispiel die der Automobilindustrie und können auch eine 100%-Prüfung gewährleisten. Durch die Baugruppenmontage oder die Konfektionierung haben unsere Kunden den Vorteil, dass sie ihr fertiges Produkt schnell, aber trotzdem flexibel aus einer Hand bekommen. So können beim Kunden Prozesse optimiert und Kosten gespart werden.